Mein erster Eindruck ist, dass Darmstadt im Vergleich mit den größeren Städten in China wie Peking oder Shanghai schon ganz klein ist. Aber die Stadt ist super sauber, die Leute sind sehr, sehr freundlich. Von dem Trainingsniveau und Intensität aus ist das Training hier viel, viel intensiver als das Training in China. In China habe ich gar kein so intensives Training schon erlebt. Hier haben wir zweimal pro Tag Training, aber in China habe ich nur pro Tag einmal. Von meinen Preisen nach Deutschland kenne ich schon ein paar Spieler in Darmstadt. Viele sind mir beeindruckt, zum Beispiel Altentorp und noch Kevin Großkreutz. Der hat vier Jahre in Dortmund gespielt und er hat viele Fußballfans in China. Unser Kapitän spielt auch auf meinem Platz und ich möchte viel von ihm lernen. Und auch Niemeyer, die beiden sind schon erfahrene Spieler. Von den beiden möchte ich schon viel lernen. Ich habe noch nicht angefangen Deutsch zu lernen, aber der Plan ist, dass in der kommenden Woche habe ich pro Woche zweimal deutsche Kurse.